So, Alice Wade sollen wir finden, okay. Dann finden wir die doch mal. Alter, jetzt ist da einer mit dem Scharfschützengewehr. Ich glaube, es hackt. Alter, die hat so einen derben Rückstoß. So, jetzt sehen alle tot aus. So, euch hab ich, Jungs. Du willst mir nicht erzählen, dass der das normale Sturmgewehr hatte, was ich auch hab. Das sah ja aus wie ein Scharfschützengewehr. Ich hab mich schon gefreut. Scheiße, Mann. So, Nagelkanone. Nein, danke. Momentan nicht. Obwohl, eigentlich finde ich die ja hammergeil, ne. Wow. Mein Gott, da hab ich auch gezuckt. So. Medikit kann ich mir gönnen, denke ich mal. Ja, das brauchst du. Denn jetzt bin ich da. Und schon kriegst du auch's Maul. Oh, verdammt. Uh, das war ein schicker Treffer. So, wo ist der Große? Oh, voll in den Bauch. Alter, der hat mich voll erwischt. Scheiße. Kommt zur Sicherheit noch ein zweites hier und dann... Einfach in die Ecke campen. Und feste draufhalten. Irgendwann geht er schon drauf. Und hat ja auch ganz gut funktioniert. Oh, wir sind wieder draußen. Probier mal... ...die Waffe hier aus mit dem... ...äh, Zielvisier hier. So, der ist tot. Jawoll. Hier ist nichts mehr. Wir sind endlich raus aus dem Gebäude. Ich bin mal gespannt, wie viel... Och, nee, ne? Ja, ja, ist ja gut. Ach, du Scheiße. Wow, weg hier. Alter, das überlebe ich doch nie... Was ist der direkt hinter mir? Was ist denn das für ein kleines Arschloch? Alter, wie der mir auf der Pelle... ...auf die Pelle rückt hier. Ja, so viel dazu. Ah, endlich. Meine Güte, das hat... Alter, ich hab nur noch ein Medikit. Was? Alter, das ist ja mal richtig hammerschwer ohne... Das ist ja mal richtig hammerschwer ohne Raketenwerfer den Down zu kriegen. Der schluckt ja richtig heftig. Alter, verpisst euch, ihr Mongos. So, wo seid ihr? Da. Zack, und schon hängst du an... Och, scheiß T-Taste hier. Ja, das brauch ich nicht, um nachzuladen. So, du Pissnäcke. Ja, genau so sieht's aus. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, wurde gestört. War zum Glück hier jetzt... Was war das denn? Ey, wovon hab ich jetzt bitte Schaden hier bekommen? Ich bin hier schon wieder fast tot. Jetzt bin ich tot. Scheiße, weh, ich muss das nochmal machen. Oh, dann werd ich mich so aufregen. Fuck! Das ist richtig kacke. Oh mein Gott. Alter, das ist ja mal richtig arschig hier. Scheiße, falsche Taste gedrückt. Ja, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd, dass ich mich da mal wieder selbst gekillt hab mit der Granate. So, wo geht's hier raus? Licht brauche ich. So. Eine Nagelkanone, die schnapp ich mir nachher, wenn ich den Kelder erledigt hab, direkt. Oder nee, ich bewahr mir den Raketenwerper noch für den... Für den richtig dicken Robo. Arsch da auf. Okay, warum steckt... Unheimlich. Ähm, für den dicken Robo-Arsch... ...baue ich mir den Raketenwerper auf. Wenn ich das jetzt noch schaffe, ich muss nämlich gleich... ...nochmal eine Pause machen. Alter. Alter. Wusste ich's doch, dass der Arsch hinter mir sitzt. So, und ein schöner Bicycle-Trick... ...tritt ins Leere. Ja, du bist brei, also... ...du bist brei, also... ...alter, wie der sich da hinhaut. Was ist denn das für ein Arsch? Joaah. So. So. Alter, ist da noch so einer! Zwei! Och Gott, ey. Und ich komme immer wieder auf T, wenn ich nachladen will hier. Hm. Oh, vier Medikids, das schaffe ich doch nie im Leben, ey. Ja, super. Okay, hoch komme ich nicht. Und von dem habe ich jetzt schon aufs Maul bekommen. Das... Alter! Wie die Waffe verzieht! Das ist voll penetrant. Gut. So. Der wird erstmal... ...begrü... ...gebührend begrüßt. Ja. Dann eben mit der Schrotplinte. So. Ich bin wieder zurück. Eben gerade mal was gegessen. Ähm. Ja, genau. Ich weiß noch, wo wir sind. Ist ja noch nicht so lange her. Und ich weiß auch, dass ich gleich auch sowas von aufs Maul kriegen werde. Von... ...dem Heini da. Ja. Da war es schon. Ja. Ich hätte natürlich auch schnell speichern können, nachdem ich ihn das erste Mal erledigt... ...habe. Hatte. Habe, hatte. Hier war nichts, ne? Ne. Gut, dann gehe ich hier mal durch. ...habe uns herausfinden, nachdem wir uns herausfinden, nachdem wir uns herausfinden. Gut, dann bin ich! Shit! Wir haben noch mal! Ja. Ja. Oh, shit! Oh, shit! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Scheiße. Irgendwie nicht, Junge. Irgendwie... Alter. Von wo aus denn? Ich seh die schon wieder mal gar nicht hier. Ach, hier. Zack. Alleine wie ich da einfach nicht raufkomme. Super, und jetzt habe ich keine Granaten mehr. Ich glaube, es hackt. Aber hier finden wir ja glücklicherweise zumindest noch ein paar. Nagelkanone behalte ich mal. Äh, noch nicht. Nehme ich mal noch nicht. Alter, die verzieht echt extrem, die Waffe. Ja, du auch. Du mich auch hier, Motherfucker. Ah, verdammt, habe ich das Licht ausgeschaltet. Okay, habe ich die hier alle erledigt? Wäre überraschend, aber... Gut, bis hierhin kam ich ganz gut durch. Deswegen mal hier schnell ein Quick Save, das ich wenigstens nicht... Ah, wieder hier falsche Taste. Ja, sowas tut weh, was? So, den haben wir erledigt. Der klingt ja auch... Oh Gott. Wuhu! Der war cool. Der war richtig cool. Alter, du kleiner Mongo. Komm her. Na, los, komm raus aus deinem kleinen Loch da. Scheiß Pissnelke. So. Hoffentlich schmeckt ihm das. Alter, ich kann hier gerade gar nichts sehen. Und dann gehen wir nach hinten. Okay, ich kann hiergepacken... So. å Pist Renblu att für Sie sind... Dann habe ich hier noch Zeit. Tag muss ich Fuk такого haben... Und dann mache ich hier noch nicht mit Mum. Hallo zusammen! So. Ska, Oh Mann. Was dann schon pudding?